Ihr kennt die Risiken. Gut, Diener, bring den Passierschein A38 für Sie. Passierschein A38 für das Tal der Schwerelosigkeit erhalten. Nur in Verbindung mit Passierschein B12 und Passierschein B13. Gütig. Seid vorsichtig. Was? Was war denn das für ein Bitch-Slap, Alter? Tut mir leid. Der würde ihn alleine machen, oder? Ja, danke, Pferd, dass du umgefallen bist. Komm, ich trete nochmal drauf, ja? Darf ich auf dich rauftreten? Nein, darf ich nicht. Warum nicht? Weil das Spiel scheiße ist. Geil. Bist mich. Na ja, was soll denn das? 25. Ich kann nichts dafür. Ich sag dazu mal nichts, Alter. Nein, die haben mich direkt auf dem Pferd gekillt. Was soll ich denn da machen? Die ist halt runtergefallen wie in so ein nasser Sack. Help. Ja, 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 ja. Einen Moment. Wie bist du? Du hast mich gerade überfahren, sozusagen. Ehrlich jetzt? Mit meinem Pferd hast du mich befandelt, ne? Ich sag mal, wie viel hält der denn noch aus, der Typ? Ich wollte nur mal gucken, ob dein Pferd loyal ist. Oder ob es sich einfach tot trampelt. Wenn ich Hilfe schreie, ja, dann heißt das aber nicht, dass du mich erlösen musst. Ich wollte nur mal was ausprobieren, Mann. Der liegt perfekt, Alter. Und, ist er da noch? Der liegt da, ja. Ist gestorben, ja. Wurde jetzt natürlich nicht zersplattert wie in der Cutscene. Ja. Zerstücket nix. Nicht mal blutig. Nee, ist nix. Ist einfach nur gestorben. Aber der lag richtig gut, ja. Gelehnet. Lass mich rein. Tricksau. Tricksau. Kill him. Mau. Die hat mir mal ne Kerze ausgemacht. Ich ausmachen. Kill him. Bin tot. Ja, bist du. Der Kopf da drin hängt. Aus drei Meter Höhe auf ein Pferd gesprungen. Ach, du hast es angebunden. Okay. 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 Upsala. Da sind wir, glaube ich, gerade ein bisschen zu weit gelaufen. Oh, Mann. Ich hab's vergessen. Oh mein Gott. Mann, du stehst aber auch falsch hier. Geh mal auf die andere Seite. Meine Güte. Easy. Du stellst dein Pferd ungefähr hierhin. Und dann springst du von da oben über die Brüstung hinaus. Pferd drauf. Und dann springst du von hier oben. Ach nee. Einfach so hoch. Etage. Noch nie Etage, Hörer. Ich hab's nicht geschafft. Bin drauf gelandet. Ich hab's nicht bekommen hier. Jetzt müssen wir sagen, war er nicht hoch genug, oder was? So? Aber ich bin auf mein Pferd gelandet. Vielleicht musste dein Pferd noch ein bisschen nach vorne. Ja. Steine. So geil. Wird das diesmal schaffen? Knapp. Knapp, dann nehmen wir es auf. Knapp. Alter, Sinn auf die Fresse, ey. Na hier doch. Meine Güte. Endlich fertig. Applaus. Applaus. Hype. Hype. Was ist mit dem jetzt? Guck mal hier. Row, 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 your boat gently down the street. Freundschirm. Ich hab gleich die Waffe zückt. Aber ich sehe hier keinen einzigen NPC. Die sind alle für mich weg. Auch die hier sitzen? Ne, die sitzen, die sehe ich. Okay. Ja, okay. Ich hab's ja nur mitgekriegt, dass sie da sind für dich. Wie der gleich wieder aufmuckst hier. Warte mal, was haben wir denn hier in der Nähe? Also die ganzen Händler und so sind alle da. Steckbrieftafel sehe ich. Aber da ist nichts dran. Ist komplett leer. Okay. Vielleicht nochmal kurz auslocken oder wo? Ja, weil die Gucklur ich machen will. Alter. Hast du mich gerade geschlagen? Du hast aber geklatscht. Bam. Alter. Hast du mir gerade ein Headbutt gegeben oder was? Das ist nicht, hab ich. Das sah gerade so aus. Alter. Du hast mich schon mehr getreten, aber ich kann hier arbeiten. Doch, wir können uns anscheinend. Mein Pferd schimmert so ein bisschen, siehst du das? Ja, ich sehe das. Ich kann nichts machen, der steht einfach nur da. Alter. Ich bin in die Ferse, Alter. Schon schön Blut dran, der in der Machete. Ich blute selber jetzt nicht, wahr? Nee, ich glaube nicht. Nein, ich habe mal gebbelt. Ich bin in die Ferse, dass ich mich bessercede, hatte ich mir immer gegenseitige Johet. Guckst du mir mal an, ey? Du isst schon innerhalb deiner Unterlippe, ey. Wie geil, Leute. Oh! What the heck? Wie hat die mich gesehen? Das war doch alles zu. Die Tür war aber zu, ne? Ja, die war zu. What? Komm mal, die scheiß Tür zu! Mann, ey! Ich wase in dir. Really? Ich bin weg, ne? Die ist genau hinter dir! Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Wieso renne ich... Ich hab keine Ahnung. Wer noch rummeckert, ey? Warum renne ich dir einfach hinterher? Warum renne ich dich einfach weg? Schreib ins Buch oder so. Was ist denn die Tür los? Ich bin selbst der Donner verrückt. Hast du das mitgekriegt? Hat's gemacht. Au, alter! Hahaha Darauf, dass die angenommen werden Das könnte jeder benutzen Alter, was ist das für ein Bosskampf? Ich freue mich auf deine Faust, Meister Jetzt gibt's Fisting, wuuu Ich hoffe, die haben genug Vaseline dabei Sei ruhig, dein Geräte bringt dich noch um Na, meinst du nicht die Faust? Ich muss... Alter, dein Computer ist so kaputt, ey Hat dir das schon mal gesagt? Ja Dann sag ich's dir nochmal, dein Computer ist so kaputt, ey Sag mal nochmal Hahaha Dein Computer ist so kaputt, ey Sag mal nochmal Dein Computer ist so kaputt, ey Jetzt werd ich dir mal was sagen Mein Computer ist sowas von kaputt Hahaha 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 Muss ich dir leider recht geben Hopfe, Hopfe, Reiter Wenn du flitern schreit dir Wie hättest du weiter? Auf, wenn du flitern schreit dir Und weiter? Flitern in den Graben das ist aber erst mal überlegen wie es weitergeht wird der reiter in den sonst macht es plump was der hell dachte ich bin gegen ein pferdkuchen jedes mal aber ne weißt du was ich dazu sage er will ein sterne ein sterne geile kamera schöne wand bisschen verschwommen hat sich ja gelohnt aber so richtig ja vor allen dingen auch die cutscene lohnt sich total raus hey 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 du wirst immer stress ey ich hab nix gemacht fremde sette kannst du looten die haben in beiden seiten eine tasche muss ich mich aufheben ne da sind zu viele mpcs ne ne die machen dich platt nur weil ich ne revolver draußen hat nur weil die schon fang die an zu ballern die 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 das habe ich schon mal aufgespuckt hast ja genau würdet wohl sein wir sagen dass meine rotze ätzend ist oder trotz zweimal rauf und schon zerstört dass sie nichts machen und das nichts machen wie viel gold gab es habe ich nicht gesehen ich glaube gar nichts willst du mir doch nicht ernsthaft erzählen dass ich nur fünf kids gemacht habe ich habe eindeutig mehr gemacht spiel sagt nein du hast ja nicht mal einen punkt geholt alter nicht mal ein punkt also wird fünf kills nur gemacht 25 mal gestorben so bad so bad du musst besser werden 25 kills geholt ja und fünfmal gestorben wir können vielleicht hinhauen da tänzst du aber gerne mal spiel kommen gerade nicht drüber weg ne fünf kids ok naja die wahrnehmung ist immer eine andere aber die zahlen lügen mich hier wenigstens setzen renn doch nicht weiter geht nicht geht nicht ach Mensch das spiel macht schon wieder richtig viel spaß ne der spaßmeter der ist gerade schon durch die decke gegangen war ich richtig gemerkt der war nicht mehr bei zehn der war schon bei zwölf die haben mich angekickt zwölf die hand hat mein gott du bist so tot du bist so tot kleiner scheißer du weißt ganz genau wo der ist holen die erholen dir ja 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 wo ist denn? ich kenne hörh ich kenne witz 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 Ich hab sie doch nicht erwischt. Alter, ich hab die voll drauf. Ich hab die voll drauf, Mann. Chat. Chat, ich hab voll drauf. Ich hab die voll drauf, Mann. Wo ist denn die Kamera reingefallen? Na toll. Nice. Na los, komm Sven. Renn. Renn rein. Sie holt dich sowieso. Ich komm gleich nach. Ja, ja, komm, komm. Du weißt ganz genau, wo er ist. Schnapp ihn dir. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt nach links. Genau. Genau. Brav machst du das. Brav. Jetzt hol ihn dir das hinten in der Ecke. Erleck mich doch im Arsch, Mensch. Geil. Was ist das denn? Ist das geil, ey. Das ist sowas. Das ist so geil. Nicht wahr sein, ey. Das ist so geil, ey. Bittig. Bittig. Du alter Bitch, du! Ja, wo ich schon tot bin? Alter Bitch! Ich fahre! Ich fahre! Was kommt? Ein Spirit! Jo, dann haben wir ja alles, ne? Ich fahre! Ja, ich weiß. Wow, das Gemälde einer wunderschönen Frau! Ja, okay, wenn ich ranzoome... Aber kann man was ja... Mit dem Baby! Es scheint die Königin irgendeines Landes zu sein! Ihr zwei wart doch alleine in der Höhle, nicht wahr? Kamt ihr da irgendwie in eine... ähm... romantische Situation? Miro! Sei nicht albern! Auch wenn du die Liebe kennenlernen willst! Solltest du nicht unverschämt werden! Okay! Okay! Also Dark! Hast du mit... Hast du mit Rose gekuschelt? Oh Wolle! Hast du mit Tö! Alter, das ist gestorben. Ah, du kriegst den. Dann zieh den mal ein bisschen nach oben, aber nur ein bisschen, ne? Der hängt hier fest. Ah, da. Komm mal mit hier. Komm mal mit hier. Komm nicht tot, ne? Weiß nicht, ob der Scham kriegt, hier. Komm, steck auf da. Der ist leer, du. Das hat mich. Erst mal das. Ich hätte mal gucken sollen, wo die hin soll. Freddy, die gefestelte Person steht jetzt bei mir. Genau, steht bei mir auch, ja. B. Ich freue dich jetzt. Fuh, ich schupe den Softman. Kannst du ihn hier raufpacken? Let's go. More might be looking for me. Hat der super geklappt. Ich bin nicht hoch genug, glaube ich. Ich muss den. Schieb mal die Kutsche an so einen Stein ran hier, rechts. Momeda. Nochmal, einmal. Jopp. Recht. Let's go, please. They see their friends. They'll kill me for sure. What are you going? I'm a sitting dog here. Zumal, willst du draufbleiben? Ich muss ja nicht fahren mal. Wir mal gucken, ob es funktioniert. What are you going? I'm a sitting dog here. Aber ich kann die Person nicht abgeben, ne? Ich kann die Person nicht abgeben. Die ist genau drin in dem Ding, ne? Musst du die losschneiden? Achso, hab ich schon. Achso, schon. Wie er dann einfach so weg geht. Ja, vor allen Dingen nix, weißt du. Wenn der Mission scheitert, kriegst du null Nuggets, null Kohle. Nix kriegst du gar nichts. Ne? Erfolg freigeschaltet. Zehn Meter Sturz mit einem Pferd überlebt. What? Bist du ins Wasser reingesprungen, oder was? Oder war es einfach nur blitschi? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, für dich. Mietchen, für dich. Versehnlich. Nein, das war alles geplant, musst du sagen. Strücke X. Er macht nix. Jetzt musst du X drücken. Jetzt bin ich drauf. Willst du'n die holen, oder was? Schmeiß'n da weg. Ich schmeiß'n da weg. Wenn's geht. Kannst du Y drücken? Zugfahrer, Y manchmal. Jo, schmeiß'n jetzt weg. Tschüss. Geil. Ich bin gemein. Fiel mich gerade ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ich halte mal an. Lass sie mich mal bitte rein. Der sieht jetzt nicht gefährlich aus. Ne? Really? Ach, was tut du denn, Alter? Lass ihn am Leben, lass ihn am Leben. Aber er schießt. Ja, dann fesseln wir den. Was ist los? Können wir den jetzt wegbringen? Erstmal plündern. Da steht, erledige den am Fieber. Wir müssen den jetzt töten. So? Zum Beispiel. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Oder so. Geht aber runter, ne? Bei mir. Oder? Ja, verstehe ich nicht. Ist doch ein Anführer gewesen. Ich hab einen. Warte, lass mich. Schmeiner. Weg. Schmeiner, den hab ich getötet. Weg. Geh nach Hause. Weg. Ja, lol. Was war das für ein Bug, Alter? Weiter. Steh, steh, steh. Wo rennst du hin? Da. Euten. Dein Ernst, jetzt? Falsche Person. Falsche Person. Kloppt er mir einfach in den Rinn, ey. Äh. Okay. Ne, warum, wo ist denn hier? Really? Nice. Juhu, ich bin nicht der Einzige, der nur auf die Fresse fällt. Schöne. Okay. Du rennst immer in der Ecke die Leute nieder. Seid ihr schon mal aufgefahren? Da liegen jetzt zwei Leichen, ey. Alter. Achso. Wenn die da einfach so sitzen. Die sitzen da immer. Ne, bei meinem Pferd. Und weg ist es. Sauber, ja. Schön sauber, ja. Hier? Ja, da war's. Hier ist nix. Bei mir schon. Schön sauber gemacht, ey. Stefan, wenn du hier bist, gib mir ein Zeichen. Hey. Ah, Mann. Ich soll's noch ein Zeichen geben. Aber doch nicht so. Ist beinahe ne Ted-Set vom Kopf gefallen, Mann. Ich soll's noch ein Zeichen geben. Ich soll's noch ein Zeichen geben.